hey leute herzlichen willkommen zu einem oh mein gott geil ok hallo ich bin herzlich willkommen zu einem let's show medal of honor warfighter ich hab mir das spiel auch letztens zugelegt ich hab mir das spiel auch letztens zugelegt weil das hat jetzt nur 12,50€ gekostet ich hab mir gedacht für die digital deluxe edition und dazu kommt ja auch noch dass es die battlefield 4 beta beinhaltet dann kann ich mal direkt gucken ob das spiel gut oder schlecht wird also für mich persönlich und da werden wir bestimmt auch noch einige parts aufnehmen ja sobald die beta draußen ist also wenn wir das dürfen denn keine ahnung ich werde vielleicht auch mal EA anschreiben ich glaub nicht dass wir das dürfen ich denke mal wir dürfen sein B3 beta duftmen auch ja ja echt B3 nee doch doch alpha und beta ne alpha da haben die sich ja da haben die ja ihre Namen rausgestrichen damit die nicht äh gebannt werden konnten Ja, aber ich glaube Beta, also zumindest gab es etliche Beta-Let's Plays. Ja. Ich denke mal, man darf das. Ja, auf jeden Fall sehen wir das ganze Gameplay jetzt aus der Sicht von Niklas. Ja, normal, ey. Ihr seht, wie ich ablose. Und... Will im Kask. Wünschen euch. Jetzt auch noch im Namen. Vielen Spaß, natürlich. Echt? Nein. Meine Waffe. Ich musste mal ganz kurz. Komm schon. Ich bin so hart. Piep. 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 Ah, ich komme nicht durchs Fenster. Ah, da ist er. Warten aufs Spawn. Marke ist toll. Jetzt brauchen wir mal einen Blackhawk, mal ganz cool abseilen, hier. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ja, ich habe den polnischen Grom-Spieler freigeschaltet. Ganz cool. Grom. Grom. Das ist doch der... Der polnische Spezialanhalt. triest. Ja, der polnische Snop. Oha. Uwe Köln ist ja ein bisschen übertrieben Nenil sie muss sein es sind nicht ich fliegt auch gegen alle Wände wahrscheinlich von der Welt also gegen alle Wände auch nicht so hoch ja man kann und nicht nur eine sonst sind sie die anderen traurig das stimmt okay bei mir fliegt einer durch die Luft okay ich hab jetzt mal die AK AK 103 mal gucken wie der ist die ist gut oh shit Buddy ist tot hat nicht gekillt Sturm 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 okay der Böse ist der Böse ist der Böse ist der Böse der Böse wo 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 Mann, komm mal auf meine Seite, da ist auch ganz schön viel los. Alles klar. Ding. 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 Boah. Ich werde dich rechnen. Oh. Scheiße. Ja, hast du gut gemacht. Da wollte ich dich ganz gut rechnen, aber doch mein Magazin leer. Na gut. Shit happens. Ich muss sagen, ihr spielt gerade echt bescheiden. Rechts. Da ist er. Ja, genau da. Genau da war einer. Nee, 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 nee. Ich bin auch gar nicht wie ein Wunderkind. Aber ich bin auch noch besser als ich. Aber die, die, die campen auch überall, ey. Die Gemeinden, die. Ja, ich habe gerade eine KD von 0,5. Ja. Meine KD will ich gar nicht wissen. Und weh, du sagst sie mir jetzt. Nee, keine Ahnung. Ich weiß nur, dass 4 zu 8 KD von 0,5 wird sein. Ich glaube, jetzt haben wir sogar noch eine gleiche KD. Nice. Boah, Robin, bitte, bitte heile mich. Nice. Und Robin sprach, Niklas sei geheilt. Boah, ich bin nicht Jesus. Like a Jesus. Nein. Boah, wenn man hier fliegt, ey. Krasse. Krasse Sache, ey. Und ausrasten, ja. Aber, also wenn ich ein anderer Mensch wäre. Wenn, dann, nein. Wenn durch meine Haare ein richtiges Blut, ich glaube ich, pumpen würde. Ja. Und nicht so langsam. Ja, wenn du einmal kiffen. Ja. 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 Rauchen wir kommen hin. Oha. Oha. Was geht jetzt aber, ey. Ja. So was passiert, wenn wir auch schon mal zurückstehen. Ja, so muss man. Muss man nachher auf meine Aufnahme gucken, ey. Das sah ziemlich komisch aus, was die da fabriziert haben. Ah, die gehen wir ab. Ja. Ja. Oh Gott. Boah. Boah. Boah, habe die Granaten in einen Radius. Aber die AK kann ich empfehlen. Trotzdem bin ich gerade mega schlecht. Oh. Endlich wieder. Zwei geht's. Ja, 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 ja. Mir hat sich... Ja, mein KD verbessert. 0,5 Der Chef von allem Okay Das war gut Ja das war total gut Ich würde sagen das war es mal wieder und bis zum nächsten Mal bis dann Trotsdam